Diese Katastrophen, die jetzt eingetreten sind, die habe ich schon voraus prophezeit damals, weil nichts getan worden ist in der Richtung. Das war ganz einfache Rechnung, dass das einmal passieren wird. Und da sind viele, viele Menschenleben, die in der Zwischenzeit hier geopfert wurden, weil die Politik nicht reagiert hat. Und ich habe damals diesen Bericht beieinander gehabt, alle Unterschriften, es ist nicht so einfach, weil man von sieben verschiedenen Ländern Abgeordnete braucht, die dem das zustimmen und dann 21 Unterschriften. Das habe ich geschafft. Dann wurde ich aber dort abgezogen. Und dieser Bericht hätte vom Grünen, von der Bellen, weitergeführt werden können, um hier diese Problematik anzuspielen. Wurde aber nicht gemacht. Stattdessen wurde es den Engländern übergeben, die das dann versenkt haben. Also, meine Damen und Herren, wenn hier ein grüner Pilz herausgeht und hier sich aufregt über die vielen Menschen, die ums Leben gekommen sind, Sie hätten es mit Ihrer Fraktion in der Hand gehabt, dort Milderung herbeizuführen oder das zu verhindern. Ich habe nämlich dort gefordert, dass die Frontex direkt an der afrikanischen Grenze patrouillieren darf, dass zwischenstaatliche Abkommen geschlossen werden, um diese Bootspiepel nicht mehr aufs Meer zu bringen. Und das wäre alles möglich gewesen, wenn was durchgeführt worden wäre. Sie hätten es in der Hand gehabt, aber Sie wollen lieber, dass die Flüchtlinge übers Meer kommen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Das ist Ihre Politik und das sollen die Menschen draußen auch mal wissen. Danke. Zum Wort ist niemand mehr.